Unser E&P Getränkesystem In unseren Sportclubs habt ihr die Möglichkeit, jederzeit an preisgünstige Getränke zu kommen. In unseren Aufenthaltsräumen haben wir dazu offene Kühlschränke. Mithilfe der App Selbstbedienbar, tragt ihr ein, was ihr entnehmt. Am Ende der Reise wird dann abgerechnet. Die Registrierung für die App ist entweder vor Ort möglich oder du sendest uns deine E-Mail-Adresse vorab. Wir registrieren dich dann bereits vor deiner Reise. Kleiner Disclaimer, jegliche nicht eingetragene, aber entnommene Getränke werden am Ende auf die gesamte Gruppe umgelegt. Für Infos über die Getränkeauswahl, checkt doch gerne mal unsere Getränkekarten ab. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Und zu guter Letzt, Kaffee und Tee sind beim Frühstück mit inbegriffen. Auch Kakao könnt ihr euch zubereiten. Ihr seht, für Getränke ist gesorgt. Ihr könnt euch also voll und ganz aufs Skifahren fokussieren.